Hi liebe FCK-Fans, das neunte Türchen ist etwas für alle, die die Weihnachtsplanung so ein bisschen verschlafen haben. Bei unserem Partner von Forstbetrieb Ruffing könnt ihr euch in Homburg kostenlos einen Weihnachtsbaum für zu Hause aussuchen. Dafür habe ich fünf Gutscheine für euch, die ihr gewinnen könnt. Damit ihr auch direkt etwas für unter dem Baum habt, gibt es für mich heute unsere Trinksoberteile zu gewinnen, mit denen wir bei Wind und Wetter auf dem Platz stehen. Sieht gut aus Eli, oder? Sehr gut, Eli. Wie immer gibt es die auch wieder günstiger für Erwachsene und Kinder in unserem Shop. Wir drücken euch die Daumen beim Gewinnspiel und wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Frohe Weihnachten und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.